Claire Lacey Youn, 32, ist unter der Haube und total happy. Im April gab die einstige Bachelor-Siegerin bekannt, dass sie nach der Trennung von Ricardo Basile, 32, wieder verliebt ist. Wenige Monate danach gingen die Influencerin und ihr Liebster Hasim bereits den nächsten Schritt, sie verlobten sich. Nun läuteten für Claire Lacey und ihren Schatz bereits die Hochzeitsglocken. Sie haben endlich Ja gesagt. Via Instagram macht Claire Lacey die schönen Neuigkeiten nun bekannt. Ja, wir haben den Bund fürs Leben geschlossen und sind jetzt offiziell Mann und Frau. Wir könnten nicht glücklicher sein, schwärmt die Beauty zu einigen Schnappschüssen ihres Hochzeitstages. An ihrem großen Tag strahlte Claire Lacey in einem Zweiteiler, der sich aus einem schlichten Rock im A-Linien-Stil und einem mit Perlen besetzten Oberteil zusammensetzte. Claire Laces Gatte bringt bereits eine Tochter mit in die Ehe. Das findet die 32-Jährige aber überhaupt nicht schlimm. Ich empfand es sogar eher positiv, dass er bereits eine Tochter hat. Das hat das Ganze letzten Endes vollkommen gemacht, erklärte die TV-Bekanntheit ihren Fans in einer Fragerunde auf Social Media.